Denkt bitte daran, die Präsentation für den Karriere-Tag nächste Woche vorzubereiten. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo. Gehen wir? Ja. Na, wie war es in der Schule? Ach, ganz gut. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich in meinem Karriere-Tag präsentieren soll. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Lass mich dir zu Hause etwas zeigen. Genau wie ich hat auch dein Ur-Ur-Großvater für die Firma Herma gearbeitet. Alles begann mit dem denkbar kleinsten Produkt, das aber wirklich jeder kennt. Die Foto-Ecke. Als Heinrich Hermann 1906 das Unternehmen gegründet hat, wusste er bereits, dass die Welt immer mehr Etiketten benötigt. Über die letzten 100 Jahre kamen weitere Geschäftsbereiche und Standorte auf der ganzen Welt dazu. Dabei blieb das Unternehmen aber bis heute im Familienbesitz. Heute ist Herma der ganzheitliche Spezialist, wenn es um Etiketten geht. Die Herstellung des eigentlichen Etiketts beginnt immer mit dem sogenannten Haftmaterial. Aus Trägermaterial, innovativen Klebstoffen und dem eigentlichen Etikettenmaterial entstehen so riesige Haftmaterialrollen, die anschließend weiterverarbeitet werden. Von diesem Haftmaterial verarbeitet Herma pro Jahr eine Fläche von rund 14.000 Fußballfeldern zu verschiedensten Etiketten. Dabei wird das Haftmaterial gestanzt, bedruckt und letztlich verpackt. Und alle finden ihren Weg von Herma in die ganze Welt. Damit diese Etiketten vor allem in der Industrie an ihren richtigen Platz gelangen, baut Herma auch eigene Etikettierer und Etikettiermaschinen, die genau diese Aufgabe übernehmen. Weißt du, was mich immer am meisten fasziniert hat? Die Allgegenwärtigkeit von Etiketten in unserem Alltag. Denn auch wenn wir fast nie darüber nachdenken, ist eine Welt ohne Etiketten kaum vorstellbar. All die bunt beschrifteten Produkte aus dem Supermarkt. Jedes Paket, das wir uns zuschicken lassen. Ja, selbst der Einwand deines Schulhefts. All diese Dinge sind Teil unseres täglichen Lebens. Und auch wenn wir nicht viel darüber nachdenken, keiner könnte sich einen Alltag ohne das Etikett vorstellen. Und genau deshalb habe ich die Firma Herma für meine Präsentation ausgesucht. Sehr gut gemacht. Viel Spaß, genau. Vielen Dank. Vielen Dank.